Herzlich Willkommen zum Adventskalender-Gewinnspiel von Rollo-Riefer.de. Fragt der eine Freundin anderen, was schenkst du deiner Freundin zu Weihnachten? Eine Kette. Oh, geniale Idee, sagt der andere. Meine läuft auch immer weg. Damit uns die Preise nicht weglaufen, haben wir ja unseren Snipey engagiert. Der wird auch diesmal wieder ein Türchen vor uns öffnen. Also Snipey, dann zeig uns mal, welcher Preis diesmal dahinter ist. Ah, ein Warengutschein im Wert von 350 Euro. Der glückliche Gewinner, der bald Sicht- und Sonnenschutz nach Maß bei Rollo-Riefer.de bestellen kann, wird diesmal ein Monteur von Rollo-Riefer ziehen. Und zwar Ronald Vieroth. Hey, Don Ron. Hallo, Ruben. Was machst du schönes bei Rollo-Riefer? Ich baue hier Rollläden und Markisen Sonnenschutz an für die Kunden, damit die Kunden das Schöne haben zu Hause. Ja, so soll es sein. Prima. Dann zieh doch mal den glücklichen Gewinner, bitte. So, und das ist von Facebook der Jürgen Scholz. Ja, prima. Danke dir. Ja, Jürgen Scholz von Facebook. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir. Alle anderen, die beim Adventskalender-Gewinnspiel noch nicht gewonnen haben, können schon morgen zu den glücklichen Gewinnern gehören. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn wir vielleicht Ihren Namen aus der Lostrommel ziehen. Ich freue mich schon auf Sie. Machen Sie es gut und bis morgen.